Was soll ich erzählen? Villingen ist eine Narrenstadt. So fängt auch schon das Fastnachtslied hier, das Traditionelle an, oder der Fastnachtsmarsch. Und jedes Jahr kommen Tausende hier in die Stadt und feiern diese jahrhundertealte Tradition. Die Fastnacht ist die dunkle Zeit der Fastenzeit. Seit nach Aschermittwoch, rein aus der Religion her, war Aschermittwoch der erste Tag der Fastenzeit, die ja bis Ostern dauert. Und vorher darf man natürlich noch viele Dinge machen, die damals eigentlich nicht erlaubt waren. Und das hat sich so über die Jahre entwickelt. Dankeschön! Das heißt Deutsch für die Prüfung. Bitte? Deutsch für die Prüfung. Deutsch für die Prüfung. Deutsch für die Prüfung. Untertitelung des ZDF, 2020 Hicke Berger Schule 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 Maldi Hicke Berger Schule 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 Hicke Berger Schule